Herzlich Willkommen in der Genießerwelt bei Dohnov in Posthausen. Mein Name ist Helene Grabowski, ich bin die Erstverkäuferin an der Käsetheke. Wir haben eine Verkaufsfläche von über 8.221 Quadratmetern. In unserer 15 Meter langen Käsebedienungstheke führen wir über 600 verschiedene Käsesorten, darunter Käsespezialitäten von Norwegen bis Griechenland. Neben unserem exklusiven Biosortiment führen wir ca. 30 Slow Food Artikel aus der Region Bremen und Oldenburg. Ein Highlight unserer Theke ist eine große Auswahl von 55 verschiedenen Schafs- und Ziegenkäsesorten. Besonders stolz sind wir auf unsere Frischkäsezubereitungen aus eigener Herstellung. Von den 18 verschiedenen Sorten produzieren wir monatlich ca. 400 Kilogramm. In diesem Jahr haben wir bereits 60 Verkostungstage mit unserem Handelspartner im Bereich der Theke sowie 8 Kursaktionen im Eingangsbereich mit einer Dauer von 5 Tagen durchgeführt. Dabei verkaufen wir im Schnitt 800 bis 1000 Kilo Käse. Um eine solche Abteilung mit Erfolg führen zu können, benötigen Sie ein motiviertes und kreatives Mitarbeiterteam, welches bereit ist, sich ständig weiterzubilden. Dieses Team haben wir hier. Das staff im Zusammenhang mit einem Anlassab hood gem pussy. Das ist wieder 10 – 10 Grad an. Das ist eine ganze Untertitelung. Das sind nicht so ein Liebener, dass Maria, traurlich durch die Welt in Menüse – selbst geơn und aus verloren. Bei Zußen. Vielen Dank.